So meine Freunde, da bin ich wieder mit Metro. Pavel haben wir ja abgeschlossen und jetzt machen wir die Mission mit der guten Anna. Und dann zum Schluss kommt Kahn. Das wird bestimmt das Beste, denke ich mal. Aber jetzt gehen wir erstmal mit Anna voran. Und da sind wir. Die Messe. Ganz nah an deiner Heimatstation. Du weißt ja, ich konnte den Raketen gerade noch entkommen. Ich suchte bis zum letzten Moment nach, Hunter. Mein Vater wusste das natürlich nicht. So, die gute Anna. Weißt du, ich bin ganz froh, dass mein Vater dich mitgeschickt hat. Ich wollte schon immer mal einen Schwarzen erschießen, seit sie Hunter getötet haben. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ah, das war Antion. Ah, jetzt spüren wir Scharfschütze Anna. Wo Antion diesen Schwarzen da, den Kleinen trifft. Kletter, Anna. Kletter. Aber ich weiß nicht, wie lang die Mission geht. Dies ist eigentlich nicht so lang. So. Aussichtspunkt. Wo ist Antion? Grundstellung. Ich kann es sehen. Da wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleitet. Das ist seltsam. Was könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen? Da war ein Nuzales, glaube ich. Na, auch egal. Geh darauf zu. Ich gebe dir Deckung. Ich gebe dir Deckung. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Ich sehe eine Bewegung. Ich sehe gar nichts. Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepaten. Ich arbeite dran. Wo denn? Ach da. Wobei geschossen. Antion, halt still. Habe ich einen? Hätte ich schwören können. Wer ist denn gekommen? Keiner erlebt. Wo sind sie denn da? Wow, der hat gesessen. Hallo ist Antion, weiter. Wechsel des Magazin. Ob ihn verfehlt. Aber den aber nicht. Noch lau den. Die wenden immer so hässlich. Der ist verleidigt. Rennt doch nicht so hässlich. Du hässliches Tier. Wirklich dieses Magazin. So, jetzt aber. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es? Dann mal los, Antion. Hey, alles klar bei dir? Hey, Antion. Hey, Erfolg Adlerauge. Vielleicht bist du ja doch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Gut, nach links. Aber Anna, die quatscht schon viel lauter als Pavel. Stellungswechsel mit Filterwechsel. Alter, hier würde ich nie rumklettern. Oh, hier runter. Mit Anna. Ähm. Äh. Sollte ich da nicht runter? Wo ist Antion? Hä? Bin gerade echt überfragt, wo Antion ist. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Da, da ist er! Da! Ich seh dich! Verdammt! Ist er schnell! Wie hat er das gemacht? Komm schon, hin nach! Ja, die schwarzen sind ja eigentlich super nett. Gefunden und markiert. Schneller, folge ihm! Folge ihn! Da ist Antion. So. Nein, du stirbst, du kleiner Scheißer. Nein, bei ihm drücke ich nicht ab. Dafür ist das gute Ende viel zu schön. Da werde ich nicht abdrücken. Aber ich kann daneben schießen. Ein Warnschuss. Und los, Antion. Oder soll ich auf ihn schießen? Ich schieße noch mal daneben. Jetzt ist er runtergefallen vor Schreck. Sei vorsichtig! Schnapp ihn dir! Was zum? Ach, Tom, was ist los? Hörst du mich? Ach, Tom, alles klar? Du Freak, du wirst sterben! Jetzt müssen wir runter. Ich komme! Äh, ja. Fuck, jetzt sind diese... diese Faschisten oder so. Hier, du Freak! Alter! Da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Faschisten oder so. Ich bin da. Da, ich bin da. mal bitte fehlter wechsel da ist der mount alter was überlebst du bastard über den kopf hin weggeschossen das ist meins wieviel fehlter liegen hier bitte rum jawohl anna hat noch eine gute zweitwaffe bei so müssen wir hier lang das weiß ich gar nicht in bewegung bleiben in bewegung bleiben das ist was anderes gerade jemand beobachtet aber hier ist keine menschen sehen und was ist mit dem weißt du man kann mit dieser scheiße gar nicht vorsichtig genug sein mit jäger also bin schon ganz nah und scheiße hier ach sumpf stirb man ab ich habe wurfmesser sehr gut so du bist jetzt auch weg was wer sind sie so ich bin fast da muss ich hier runter ne ne ist doch hier sumpf hier muss ich lang uah 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 leider zu spät uah 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 Dann sage ich mal, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.